Sehr gut. Das mache ich doch. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken, für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Noch ein Sieg für das Sonnenreich. Kann ich die nicht mitnehmen? Doch, kann ich wohl. Okay, ähm, Quests. Eisige Wildnis, die werde ich noch nicht können. Rache der Tochter. Jetzt kann ich den machen. Na gut. Ich weiß vielleicht, ob Nakoa hier war. Okay. Los. Ja. Obwohl ich... Komm mal ganz ehrlich. Da müsste man doch mit dem Kopf schütteln. Dann hätten sie die Nebenquests gar nicht gültig machen dürfen. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder war. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. Wer die Frau ist, die... So, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ach, ich bin ganz falsch. Was ist das hier? Neue Quest. Da gehen wir hin. Nach Meridian. Und für die Leben bezahlen, die er vernichtet hat. Heiße Mittagssonne wirft keine Schatten. Okay. Da steht er. Hauptmann Balan, ich möchte etwas fragen. Erstens nach einer Nora-Frau, die hier vielleicht durchgekommen ist. Und zweitens nach dem Weg nach Meridian. Was erwartet mich auf dem Weg? Tja, hier war auf jeden Fall eine Nora. Das vergesse ich nicht. Es gab einen Vorfall. Und was dich auf dem Weg erwartet? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Sieht gut aus, ne? Das Bild, was ich dir geschickt hatte, Tena. Sie hat noch geschrieben. Sie denkt, sie wird dann später noch weitere Charaktere dazu machen. Aber mache das erstmal mit Schrift und Hintergrund fertig. Sondern schon mal, was da ist. Ja, ja. Also kann ich ihr schreiben, das sieht gut aus. Falls sie jetzt nicht zuschaut. Äh. So. Dann habe ich ihr das jetzt auch nochmal geschrieben. Okay, was machen wir hier jetzt? Einen Gefallen. Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Valid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Nora-Dorf an, Sir. Lackier befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeug etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lackier sagt, man muss immer Meldung machen. Und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Äh. Wer oder was ist Nakoa? Es gab einen Vorfall mit Nakoa. Die Nora? Ja, einen Vorfall. Versuchter Mord. Präfekt Said kann dir mehr dazu sagen. Du findest ihn beim Hauptturm, die Treppe hoch. Warte. Said ist hier? Ist er. Ist er. Hör mal. Ich weiß, was dein Volk über ihn sagt. Aber er schwört, dass es eine Verwechslung ist. Wenn ein Schatten in ihm ist, habe ich es nie bemerkt. Und die Geduld, die er mit dieser Nakoa hatte, war beeindruckend. Sprich mit ihm. Vielleicht weiß er, wo sie ist. Und bitte versuche ihn nicht anzugreifen. Ah, das schaffe ich schon. Ha, dann frage ich noch mal ein bisschen hier. Äh. Was ist denn das jetzt hier? Warum ich? Der hier. Ach, das ist jetzt sogar alles noch verzweigt, ne? Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Mhm. Ich wäre dankbar. Aber nicht so dankbar wie Valid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Hörst du, Trottel? Okay. Dann schauen wir noch mal in unsere Quests rein. Und da suche ich das verlorene Dorf. Ach, hier. Muss ich wieder zurück. Ja gut, warum nicht? Ähm. Ja. Wo ist denn meine Reitmaschine? Wo ist denn meine Reitmaschine? Da ist sie ja. Na komm her. Da ist ja mein Bello. So. Alle hopp. Jetzt kommen wir ein bisschen voran hier. Da da da. Da da da. So. Aber jetzt wird das Wetter wieder schön. Oh, wie ist das schön. Oh, wie wunderschön. Sowas hat man lange nicht gesehen. Da komm. Hopp. Spring. So spring. Ich zwinge dich. Ich weiß. Ich zwinge dich. Ich schaffne dich. Okay. Wo ist denn? Schaffne dich. Ich schaffne dich. Wieder so einer. So, Ruhe, Jungs. So, und du auch. So geht das. Einfach rein und draufhauen. So. Diese Blechkisten. Diese Blechkisten können wir doch nicht die Butter vom Brot nehmen, ha? So geht das. Wer sneakt schon heutzutage? So. Sehr gut. Oh, ich könnte mal ein paar Pfeile nachbauen. So. Ja. Ja. So, ich soll Dorf testen. Pferdchen, wo bist du? Geht's dir gut? Ah ja, der hat nichts. Ist da noch einer? Ja. Ey, ich weich schon aus, ne? Und er ändert im Flug, ändert er seine, seine Richtung. Ach, der kann nicht doch malen. Was? Oh. Pferdchen. Ah. Das ist wohl so. Ich weiß nicht. Oh. Jetzt reicht's mir. So. Gottchen. So, jetzt kriegen die alle noch mal ein paar auf die Mütze. Oh, ich kann mich nicht mehr heilen. Oh ja, sollen sie machen. So, da wären wir ja. Okay. So, und ein bisschen Draht. So, gut. Ah, wir füllen noch mal eben die Pfeile auf. Schnell speichern. So. Versuche das verlorene Dorf. Was soll ich hier untersuchen? Ah, ich muss weitern, links. Hm, bin ich hier richtig? Ja. Da vielleicht in der Hütte? Ja, das dachte ich mir ja die ganze Zeit auch. Aber ich laufe da jetzt nicht wie so eine lahme Krücke hier durch den Ort. So, wo haben wir denn hier noch was? Erstmal ein bisschen was einsammeln noch. Wenn wir schon mal dabei sind. Wildschwein. Okay. Wo haben wir es denn? Da ist doch was. Nee. Nee. Nützlich für eine alte Rezeptur. Aber sowas von. Aber wo sind denn hier die Spuren? Nee. 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 Okay. Da. Mal schnell mal speichern. Wenn ich nichts finde, dann vielleicht mein Fub. Eine der Karte ist hier gefallen. Mein Fub? Massives Trauma einem Maschinenangriff entsprechend. Die anderen haben sich zurückgezogen. Aber wohin? Wohin? Wo ist die Spur? So. Moin Tom. Grüß dich. Hallöchen. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es hier lang geht. Da lang. Wie ist die Lage bei dir? Noch ein Kajar-Soldat? Gibt es Überleben? Ja. Ach ja. Kann mich nicht beschweren. Obwohl beschweren kann man sich immer, ne? So. Wo geht's denn hier weiter? Ah, ich untersuche den Helm. Kann nicht der Helm des anderen Kajar sein? Jemand hat fast seinen Kopf verloren und ist weggerannt. Hm. Da. Spur markieren. Na denn mal los. Hm. 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 Oh, da gibt's auch noch was zum Aufsammeln. Reinholz. Wo bin ich? Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, ich bin an diesem See. Okay. Ja, und wo sind die dann weitergegangen? Wo geht es denn hier weiter? Du, Tom, warte mal. Ich schick dir mal was bei Discord. Hier ist ein Entwur... Äh, wo ist es denn? Warte mal. So. Okay. Dann geht's jetzt weiter. Wo könnte es... Äh, vielmehr, wo könnte es denn weitergehen? Sind die ins Wasser, oder wie? Spurauswahl aufheben? Nein. Ah, da. Ist gut, ne? Und da ist nur ein Entwurf. Das ist noch nicht fertig. Finde Lackier auf der Insel. So. Dann werde ich mal auf die Insel... Ah, deswegen waren da auch die Schnappmäuler. Da sind die kleinen Schnappmäuler. Oh je, der sieht mich gleich. Ei, 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 ei. Super. Hat's mich erwischt. Kruzifix noch im All. Ah, okay. Dann machen wir's nochmal. Ich hab die ja bisher nur aus der Entfernung malträtiert. Wäre vielleicht auch diesmal die richtige Taktik. Das sind die Schnappmäuler. Ah, da kommt noch einer. Ah, ich könnte nochmal die Feuerpfeile nehmen. Die sind, glaub ich, besser da. Okay. Okay. Wie das Bier schlägt zu. Was meinst du damit? So. Ich kann mich entspannen. Jo, entspannen. Entspannendes Jut. Jetzt machen wir den Schnappmaul nochmal ein bisschen leer. Oh, nicht schlecht. Zurückschlagen. Recht hasse. Zurückschlagen. Hey, Thomas, ich hab nächste Woche Urlaub. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Oh, shit. Spaß闘体 Snod ist passiert. Come on. Meine disposoney. Endspannter Gesichter. 40. Oh, hat's. Ah, na. Wah. Okay. Got you. Oh, time. Oh, man. Stirb, Kartoffel. Du wirst eine hübsche Handtasche. Das garantiere ich dir. Hey, danke für den Host. So. Ich mache hier eine hübsche Handtasche raus. Ich finde nicht, dass die jetzt von allen Seiten kommen hier. Das fände ich voll uncool. Genau. Mir gibt es nichts zu sehen. Ja. Da werde ich mal ein bisschen was, werde ich mal ein paar Spiele so ausprobieren. Hat sich ja von Epic ein bisschen was angesammelt. Da werde ich mal ein bisschen hier, ne. So, wo soll der denn sein? Ich finde es nicht. So, was ist denn das hier? Ähm, Textdatenpunkte Welt. Hallo, unsere Datensätze zeigen, dass Sie nach sicheren, komfortablen und günstigen Apartments in der Gegend von Salt Lake City gesucht haben. Sie sollten das Riker Gebäude in Erwägung ziehen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und studieren Sie die Vorteile, die wir unseren Mietern bieten. Komplett automatisierte Wohnanlage bewacht von einem hochmodernen Roboter-Sicherheitsteam. Immer gemütlich. Die biometrische Klimasteuerung passt die Temperatur in jedem Raum automatisch an. Kostenloser Faro-Boote bei Abschluss eines Mietvertrages. Lassen Sie Ihren Booten Einkäufe erledigen und Pakete abholen, während Sie den Luxus des Riker Lifestyles genießen. Auf unserer Holo-Seite finden Sie eine kostenlos voll immersive Tour durch unsere Anlagen, inklusive einer anpassbaren Simulation Ihres zukünftigen Riker Apartments. Besuchen Sie uns noch heute und fangen Sie ein neues Leben an. So, weiter im Text. Kann man die von hier oben nicht platt machen? Okay. Machen wir es kurz. Wow. Krieg Gefrierbrand. Wow. Jetzt reicht es aber. Oh Mann. Erstmal hier Schnappmaul durchsuchen. So. Okay. Komm, den holen wir uns auch noch eben. So. Kühlsaft. Kühlsaft ist doch cool. So, komm raus da. Und eine hiervon. Und eine davon. So. Da vorne aber auch noch ein Schnappmaul. Das werde ich auch nochmal eben plündern. Ausweiden. Fachmännisch filetieren. Geht nicht. Geht nicht. Okay, da ist nix. Oder war da was? Ach, da liegst du ja. Der war getarnt. Was? Ins Bierfass? Cool. Ich dachte nicht, dass man mich findet. Und schon kann ich deine Nora. Und ich dachte nicht, einen halbnackten Kaja zu finden, der Trinklieder singt. Bitte entschuldige mein Verhalten. Ich dachte, ich wäre tot. Dann komm. Dein Hauptmann will, dass ich dich zum Tagturm bringe. Ich weigere mich, von einer Nora geführt zu werden. Wie ein Gefangener. Gut. Dann geh doch allein. Dann halt nicht. Warte. Ich hatte einen Kampf mit einem Schnappmaul. Er hat meine Rüstung und meinen Bogen verschlungen. Der Dieb ist noch da, im Wasser. Das erklärt den Bogen bei seinem Kadaver. Du hast es besiegt? Allein? Natürlich. Stell dir vor. Willst du den Bogen oder nicht? Danke. Sehr gut.